Es kommt eine schlimme nachricht meine damen und herren jetzt kommt eine schlimme nachricht eine ganz ganz schlimme nachricht in acht jahren bricht das internet zusammen so jetzt sagen sie natürlich ja es mir scheißegal solange facebook funktioniert ja aber Ich weiß gar nicht wie ich dann durch den tag kommen soll ohne die lochis ja Das wird schwer für mich und im osten ist natürlich ein zeitlauf ein wettlauf gegen die zeit ja bricht das internet noch zusammen bevor es im osten ist Das ist die große frage